Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen bei Mini-Bag Nano Aquaristik, meinem kleinen Aquaristikgeschäft hier in Cuxhaven an der Nordsee. Heute möchte ich mit euch über 10 meiner persönlichen Meinung nach sehr wichtige Faktoren in der Garnelenhaltung oder Garnelenzucht vor allem auch sprechen. Es geht hier tatsächlich nur um die 10 Sachen, die für mich persönlich am wichtigsten sind. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass es bei anderen Leuten vielleicht anders funktionieren kann. Dass es nicht nur 10 Faktoren in der Garnelenhaltung gibt, ist mir auch klar, aber wenn ich da alles bedenken würde, dann würde das Video ja drei Stunden lang sein. Also ich habe mich jetzt auf die 10 für mich persönlich wichtigsten Sachen beschränkt. Wenn ihr meint, da fehlt noch irgendwas oder wenn ihr da ganz anderer Meinung seid, dann schreibt das super gerne in die Kommentare. Ich tausche mich da sehr sehr gerne aus. Der erste Faktor sind natürlich die Wasserwerte. Achtet bitte darauf, dass die Wasserwerte in dem angegebenen Bereich sind. Es muss nicht unbedingt ganz genau die Werte sein, die bei dem Züchter oder bei dem Verkäufer herrschen. Oft werde ich danach gefragt, macht euch da bitte nicht allzu sehr verrückt. Es gibt eine Bandbreite für jede einzelne Tierart, die auch wirklich dann in Ordnung ist. Also macht euch nicht verrückt, da die H genau auf die Kommastelle genau diese Werte zu erreichen, die der Züchter oder der Händler hat. Damit macht ihr dann auch dem Becken und dem Tier letzten Endes zu viel Stress und euch selber auch. Also versucht euch einfach in der Bandbreite des Tieres zu bewegen und damit seid ihr dann auch meiner Meinung nach schon auf der sicheren Seite. Und bei der Wichtigkeit der Wasserwerte wird ganz oft die Temperatur vergessen oder unterschätzt. Die Temperatur ist sehr wichtig für alle Tiere, auch für unsere Garnelen, auch wenn sie eine größere Bandbreite als Fische an Temperaturen vertragen. Heißt es doch nicht unbedingt, dass jede Temperatur wirklich auch gut für unsere Garnelen ist. Gerade im Zusammenhang mit Fischhaltung und Garnelen, also als Gemeinschaftsbecken, ist das ja oft so, dass wir die Garnelen dann ein wenig mit höheren Temperaturen halten, als wir das eigentlich in einem Einzelbecken, in einem Artbecken für Garnelen machen würden. Denn die Fische brauchen ja eher tropische Temperaturen. Gerne werden Garnelen ja zum Beispiel mit Kammfischen, die es besonders kuschelig mögen, zusammengehalten. Das funktioniert auch oft. Habe ich selber auch schon gemacht, so ist es nicht. Aber ich würde das nicht unbedingt raten, denn es bedeutet immer für die Garnelen, dass der Stoffwechsel erhöht wird, dass der Lebenszyklus verschnellert wird, also dass sie kürzer leben, sich häufiger häuten, schneller wachsen. In der Zucht wird es tatsächlich manchmal gemacht, im Zusammenhang mit viel Proteinfüttern. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man gesunde Tiere dann bekommt. Es gibt häufig Häutungsprobleme, Wachstumsprobleme. Ich habe das alles schon in anderen Videos ein bisschen näher ausgeführt. Auf die Ernährung komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Hat sehr viel mit der Temperatur zu tun bei den Garnelen. Und man muss sich halt bewusst machen, dass je höher die Temperaturen sind, man auch mehr Männchen bekommt. Also es hat gerade bei wechselwarmen Tieren dann auch Auswirkungen auf das Geschlecht. Und bei kühleren Temperaturen sind es mehr Weibchen. Ideal wären so zwischen 18 und 22 Grad für unsere Garnelen. Also ganz normale Zimmertemperatur, die wir hier so haben. Und darauf sollte geachtet werden, finde ich. Und bei Fischhaltung ist es dann immer so, also Fischhaltung in Kombination mit Garnelen, ist es dann immer ein Kompromiss, der so ein bisschen schlechter für die Garnelen ausfällt. Ein weiterer Punkt ist die Eingewöhnung der Garnelen. Das ist ja sehr kontrovers diskutiert, ganz häufig im Netz. Ich persönlich fahre so, dass ich die Trüpfchenmethode nicht anwende und ich sie auch nicht weiter empfehle an meine Kunden. Sondern ich gewöhne Garnelen so ein, wie ich auch die allermeisten Fische eingewöhne. Nämlich so mit Schluckwasser immer wieder dazu in die Tüte oder in den Behälter, in dem die Garnelen sind. Und dann mit einem Netz, also ohne das Wasser vom Händler, dann mitzunehmen, die Tiere übersiedeln in das Becken. Und das Ganze dauert dann meistens nicht länger als eine, vielleicht mal zwei Stunden. Kommt drauf an. Bei Neocaridina mache ich es einmal ein bisschen schneller, als ich das zum Beispiel bei den Caridina mache. Die in der Regel ein wenig empfindlicher sozusagen sind in den Wasserwerten. Und dann sollte das auch gut funktionieren. Also mir ist das immer lieber, es geht zügig voran. Und sie landen zügig in dem Becken, in dem sie sich dann ja noch mal ein bisschen gewöhnen müssen. An die Umgebung, das ist auch nicht zu unterschätzen, dass das die Tiere auch sehr stresst. Garnelen reagieren auch auf ihre Umgebung, das ist denen nicht egal. Dass sie sich dann wiederfinden müssen in der Gruppe und so. Das dauert dann auch alles ein bisschen und es ist auch Stress. Und ich fange auch erst eine Woche, frühestens eine Woche später an mit der Fütterung. Gerade bei Garnelen. Bei Fischen ist das wieder anders, aber bei Garnelen mache ich das immer so. Denn das Becken sollte gut eingefahren sein, es sollte gut strukturiert sein. Da sollten Naturmaterialien drin sein, da sollte genug Moos drin sein. Das ist auch nochmal der andere Punkt, den kann ich jetzt auch schon mal gleich ansprechen. Die Struktur des Beckens muss stimmen. Wir beleuchten die Becken oft viel zu häufig, also viel zu lange und auch viel zu stark. Das sind nicht unbedingt die Bedingungen, die in der Natur zu finden sind. Natürlich sind das alles keine Tiere, die so in der Natur leben. Aber sie mögen es doch eigentlich lieber ein bisschen beschattet und verstecken sich gerne besonders unter dem Moos oder unter dem Laub. Das machen sie in der Natur auch so und dieses Verhalten zeigen sie auch in den Becken. Und deswegen ist es wichtig, ihnen das Verhalten auch zu ermöglichen. Deswegen, egal wie stark die Beleuchtung ist, immer ein bisschen Moos auf dem Grund, auf den Strukturen. Und das ist auch ein Faktor, der sehr, sehr wichtig ist. Den habe ich jetzt gleich schon mal genannt. Und dann sollte das auch funktionieren mit der Eingewöhnung und es später dann keine Probleme geben. Und die Struktur ist halt wichtig. Da gibt es unheimlich viel Biofilm, Biomasse, die die Tiere dann abweigen können. Und dann ist es völlig in Ordnung, dann eine Woche lang mal nicht zu füttern, ein bisschen zu beobachten, die Gruppe. Und dann langsam peu à peu mit dem Füttern anzufangen. Jetzt habe ich das Thema Strukturenbecken schon vorweggenommen. Wurde ich eigentlich später mit anfangen. Jetzt komme ich noch einmal zu der Ernährung. Ich habe ja schon einiges zur Ernährung gesagt. Hat viel damit zu tun, dass es ausgewogen sein muss. Also die Mineralien und die Proteine, wie ich oft schon gesagt habe, müssen ausgewogen vorhanden sein. Ein wenig mehr Mineralstoffe, als ich Proteine fütter, ist schon wichtig. Wenn man zum Beispiel solche Kräuter füttert, wie Brennnessel und so, die ist schon gut proteinhaltig. Da muss man nicht noch extra Proteine dazu füttern, wie man das bei Krebsen zum Beispiel machen würde. Die haben eine ganz andere Masse. Das ist ganz anders als bei Garnelen. Manchmal hört man das so von anderen Züchtern zum Beispiel, die dann sehr auf Masse produzieren wollen und sehr viele Jungtiere produzieren wollen, die schnell wachsen. Mir ist das eher lieber, die Tiere sind robust und stabil, haben also eine ausgewogene Ernährung. Ihr könnt euch da noch weiter reinfuchsen. Viele Hersteller, wie zum Beispiel Garnelen4U, hat da so eine ganze Bandbreite und ein ganzes Konzept, also ein richtiges Futterkonzept. Da könnt ihr euch gerne mal so reinfuchsen. Wichtig ist halt wirklich, verschiedene Sachen anzubieten. Und mit dem Aufwuchs, mit den Bakterien, die in den Becken sind, nehmen sie auch noch mal Proteine auf. Das ist auch zu bedenken. Und wenn Fische mit dem Becken sind und wir relativ normales Fischfutter, zum Beispiel Flocken füttern, bei Guppies oder so, das ist auch noch mal sehr proteinhaltig. Und da schnappen sich die Garnelen natürlich auch noch was dabei. Das ist auch ganz normal und soll auch so sein im Fischbecken. Aber man muss bedenken, Fischbecken, wie gesagt, mit hohen Temperaturen in Kombination mit viel proteinhaltigem Futter, ist nicht unbedingt zuträglich für die Garnelen. Deswegen tendiere ich eher zu einem Artbecken. Kommen wir zum nächsten kontroversen Thema, dem Wasserwechsel. Habe ich ja schon mal ein ganzes Video drüber gemacht, ist auch sehr kontrovers aufgenommen worden. Ich stehe weiterhin dazu. Ich mache einmal wöchentlich einen Teilwasserwechsel von so ungefähr 30 Prozent. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Je nachdem, wie viel habe ich da gefüttert. Ist da gerade viel Mulm im Becken? Habe ich vielleicht ein anderes Problem, eine Bakterienblüte oder irgend sowas? Dann wechsle ich schon mal ein bisschen mehr. Ist das Becken völlig in Ordnung? Habe ich gerade vielleicht vor kurzem den Filter sauber gemacht? Dann mache ich nur einen ganz kleinen Wasserwechsel. Das ist unterschiedlich. Aber ich mache tatsächlich wöchentliche Wasserwechsel. Das finde ich sehr wichtig. Persönlich finde ich das sehr wichtig. Das heißt nicht, dass ich jetzt euch sage, ihr müsst das unbedingt so machen. Aber ich empfehle es so, weil ich damit gute Erfahrungen habe. In meinem Becken, die ihr hier hinten seht, das sind meine Zuchtbecken, meine Verkaufsbecken allerdings auch. Da finde ich den Wasserwechsel besonders wichtig. In den Schaubecken, so wie dieses hier zum Beispiel, das könnte natürlich auch mal ein, vielleicht sogar zwei Wochen ohne Wasserwechsel und dann nur mit destilliertem Wasser aufzufüllen sein. Das wäre auch in Ordnung, weil der Besatz einfach nicht so stark ist und ich da auch nicht so stark füttere wie in den Zuchtbecken. Darauf kommt es halt an. Das ist immer so ein bisschen, welches Ziel habe ich, wie ist das Becken strukturiert. Hier gibt es viel, viel mehr Struktur, die die Nährstoffe aufnehmen kann für unterschiedliche Pflanzen und so. Hier drin habe ich nur Moos. Das ist halt ein Unterschied. Und darauf muss man achten beim Wasserwechsel. Man kann das nicht generell sagen. Anfängern allerdings empfehle ich immer einen Wasserwechsel, weil ich der Meinung bin, man kann damit nichts falsch machen. Man tauscht das komplette Wasser aus, was ja keiner macht, sondern ich empfehle ja einen Teilwasserwechsel, weil gerade Anfänger oftmals ein nicht allzu großes Becken haben, das sehr stark besetzt ist und das auch noch ein Gesellschaftsbecken ist. Mit verschiedensten Fischarten, vielleicht so ungefähr ein 55 Liter Becken, sagen wir, da sind fünf verschiedene Fischarten drin, hinzu auch noch die Garnelen. Natürlich empfehle ich da einen Wasserwechsel. Das ist häufig so, ist ja auch nicht schlimm, so haben wir alle ja irgendwann mal angefangen, weil es uns häufig oft empfohlen worden ist, so ein 55 Liter Becken als Gesellschaftsbecken einzurichten. Würde ich persönlich nie jemandem empfehlen, aber die Leute kommen manchmal halt schon mit diesem Becken praktisch hierher, sagen sie haben so ein Becken aufgebaut und natürlich empfehle ich diesen Leuten einen Wasserwechsel. Würdet ihr wahrscheinlich auch machen, weiß ich nicht, aber für mich ist das ganz klar, Wasserwechsel ist etwas, womit man nicht unbedingt was falsch machen kann. Und es kommt den Tieren tatsächlich auch zugute. Ich kann es hier wirklich in meinem Zuchtbecken besonders beobachten. Wenn ich einen leichten Wasserwechsel gemacht habe, gucke ich auch immer so, dass die Temperatur des neuen Wassers immer so ein bisschen unter der Temperatur des Beckens liegt. Und das regt die Tiere tatsächlich nochmal zur Aktivität an. Dann kann ich Paarungsschwimmen sofort hinterher beobachten. Und das ist wirklich eine Freude. Die Tiere mögen gerne eine kleine Veränderung. Und diese leichte Temperaturveränderung, die der Wasserwechsel dann mit sich bringt, dieses frische Wasser sozusagen, das regt sie dann tatsächlich nochmal an. Und da komme ich jetzt auch zu meinem nächsten Punkt, nämlich Veränderungen im Becken. Kleine Veränderungen im Becken regen tatsächlich die Aktivität der Garnelen an. Kleine Veränderungen, mal nicht so ein kleiner Wasserwechsel, wie ich gerade eben besprochen habe. Mal ein bisschen neue Dekoration rein. Mal anderes Futter, anderes Laub als sonst. Vielleicht mal Naturmaterialien, die man reintut und irgendwann auch wieder herausnimmt, austauscht. Das sind mini kleine Veränderungen. Damit man wirklich gar nichts Großes oder so. Die wirklich die Tiere nochmal zur Aktivität und damit auch zur Vermehrung anregen. Ist so meine Beobachtung. Richtig große Veränderungen, die den pH-Wert stark beeinflussen. Wie zum Beispiel eine Wurzel komplett auszutauschen. Den Bodengrund auszutauschen. Ist ja oft auch Thema, Zoll auszutauschen. Zoll laugt irgendwann aus. Gibt keine Nährstoffe mehr ab. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Wenn man jetzt Zoll zum Beispiel zwei Jahre lang drin hat in dem Becken. Das Becken aber gut läuft. Dann ist es ja nach und nach ausgelaugt. Das Becken hat sich daran gewöhnt. Die Pflanzen, die die Nährstoffe aus dem Zoll brauchten, sind vielleicht verdrängt worden von anderen Pflanzen. Oder ihr dünnet sowieso schon mittlerweile dazu. Warum soll das Becken da nicht einfach so weiterlaufen, wenn es funktioniert? Es ist gar nicht unbedingt nötig, dann den Zoll auszutauschen. Wenn ihr dann sagt, ich dünge einfach weiterhin auf. Und gebt ab und zu mal eine Düngetablette oder so dazu. Um den Verlust der Nährstoffe aus dem Zoll dann auszugleichen, ist das ja auch gut. Es ist nicht nötig, dann gleich den ganzen Bodengrund auszutauschen. Das käme ja, naja, eine Komplettsanierung des Beckens dann gleich. Ist überhaupt nicht nötig. Also dann könnt ihr auch gleich ein neues Becken aufsetzen. Ja, genauso wie Dekoration groß austauschen oder so. Davon rate ich immer bei einem gut laufenden Becken ab. Wenn es wirklich solche Probleme macht, dass das Becken komplett neu aufgesetzt werden muss, dann halt neu. Aber das ist dann wie ein neues Aquarium. Ihr benutzt ja einfach nur denselben Glaskasten. Das ist nicht mehr das selbe Aquarium. Und dann müssen die Tiere auch zeitlich umgesiedelt werden. Dann muss die Einlaufphase wieder komplett neu gemacht werden. Das ist ein neues Aquarium. Das ist nicht mehr das Aquarium, das ihr vorher hattet. Also versucht, das Becken so gut wie möglich zu erhalten. Zoll- oder Bodengrund austauschen, ist nichts, was wirklich essentiell oder nötig wäre. Jetzt nochmal etwas sehr Wichtiges für die Vermehrung von Garnieren. Nicht nur, wenn man züchten will, sondern auch, wenn man einfach so ein kleines Schaubecken, wie ich hier habe, im Wohnzimmer hat. Und das dann gerne so stehen lassen möchte und sich an seinen Garnieren freuen möchte. Die leben ja wirklich in der Regel bis zu zwei Jahre. Und das Becken hat man in der Regel eigentlich länger stehen und möchte den Stamm auch länger erhalten. Das heißt, es ist auch wichtig, auch in solch einem Becken, wo man nicht auf Zucht aus ist, dass die Tiere sich vermehren. Und das geht tatsächlich nur, wenn man ein ausgewogenes Verhältnis von weiblichen und männlichen Tieren hat. Am besten ein wenig mehr Männchen als Weibchen, weil es halt besser klappt, wenn das Weibchen von mehreren Männchen befruchtet wird. Da kommen immer so ein paar Leute, die sagen, aber ich hätte gerne die großen bunten Tiere. Das sind dann gerade bei der Neocaridina meistens die Weibchen. Aber die Männchen sind auch schön gefärbt. Also es ist nicht so, dass die Männchen farblos sind oder so. Die sind halt ein bisschen schlanker, sehen dadurch nicht ganz so groß aus. Von der Länge her sind sie eigentlich immer fast gleich so wie die Weibchen. Aber sie haben halt einen anderen Körperbau. Sie sind nicht so gedrungen wie die Weibchen. Und die Gagfarbe ist auch nicht ganz so stark. Aber die Fleischfarbe müsste eigentlich ungefähr gleich kommen. Den Weibchen und auch die Männchen sind sehr schön. Und man braucht sie halt einfach für den Stamm. Und deswegen sollte das eine wirklich ausgewogene Gruppe sein, die man dann hat. Und auch gleich mit so einer ausgewogenen Gruppe starten. Nicht versuchen, ach ich mache es jetzt mit acht Weibchen und zwei Männchen. Dann ist die Gruppe gleich wunderschön bunt. Meistens funktioniert das dann mit der Vermehrung nicht oder nicht so gut. Sondern versucht es wirklich mit einer ausgeglichenen Gruppe. Ich würde sagen so 60 bis 65, 70 Prozent Männchen. Und der Rest Weibchen so zu starten wäre gut. Und dann mal schauen, wie sich das entwickelt. Das hat dann natürlich auch immer, also die Einfluss ist dann die Temperatur und Fütterung und so. Hat dann Einfluss so ein bisschen auf die Entwicklung des Stamms. Gerade auch die Temperatur. Ja, und darauf ein bisschen achten, dass ihr dann mit gut ausgewogener Gruppe starten könnt. Ja, von Gesellschaftsbecken mit Fischen habe ich schon gesprochen. Macht euch da über die Konsequenzen für die Garnelen so ein bisschen schlau. Macht euch das bewusst. Und wenn ihr verschiedene Caridina- oder Neocaridina-Stämme mischen wollt, das ist möglich. Also ihr könnt Caridina und Neocaridina sogar zusammen an einem Becken halten. Habe ich hier auch zum Beispiel in diesem kleinen, da habe ich die White Bee Ghost und die White Pearl drin. Das kann man machen. Also wenn man verschiedene Variationen haben möchte, aber halt Stämme, die sich nicht vermischen, dann ist das ja sogar von Vorteil, habe ich Caridina und Neocaridina. Denn die können sich ja nicht untereinander verpaaren. Damit muss man halt nur wirklich ganz besonders auf die Wasserparameter achten. Denn es gibt da Schnittstellen, wo man sie halten kann. Es ist nur halt so, dass die Neocaridina eine größere Bandbreite haben als die Caridina. Aber es gibt da Schnittstellen, wo sie sich treffen. Und wenn das Becken die erfüllt, dann ist das auch kein Problem. Wie das ist nach mehreren Generationen. Also das heißt, es kann durchaus sein, dass die Neocaridina Pheromone ins Wasser abgeben, die die Caridina dann irgendwann verdrängen. Das dauert aber eine Weile. Also ich hatte mehrere Generationen bei mir zu Hause zusammen in einem Becken, habe dann irgendwann die Caridina rausgefischt, habe aber auch gemerkt, es sind weniger Caridina als Neocaridina drin, obwohl ich mit einer gleich starken Gruppe gestartet habe. Ist auch etwas, wo ich persönlich diese Erfahrung mit gemacht habe. Andererseits ging es den Tieren aber gut. Nur irgendwann kann es natürlich sein, nach Jahren, dass man vielleicht nur noch Neocaridina in den Becken hat. Ansonsten, wenn Mischbecken angesetzt werden, von zum Beispiel nur Caridina oder nur Neocaridina als Mischer oder Mixbecken genannt, das macht euch bitte bewusst, dass es natürlich zu wildfarbenem Nachwuchs kommen kann. Zu bräunlichem Nachwuchs, zu durchsichtigem Nachwuchs, zu Nachwuchs, der halt nicht so schön bunt aussieht, wie der Stamm dann ursprünglich war. Oftmals täuscht das so ein bisschen, wenn man dann die Verkaufsfotos sieht, mit knallbunten, als ob man aus einem Bonbonladen so eine Tüte gekauft hätte, solche Bilder dann so sieht als Mischbecken. Natürlich ist das am Anfang so, aber nach einer Generation kann das schon sein, dass man dann wildfarbenen Nachwuchs hat. Das muss man sich halt einfach bewusst machen und da nicht enttäuscht sein. Und als letztes möchte ich noch die allergrößte Tugend, die wir in diesem Hobby mitbringen müssen, ansprechen. Das ist nämlich die Geduld. Nicht nur in der Einfahrphase, auch bei der Entwicklung der Tiere, bei der Vermehrung der Tiere, bei der Entwicklung des gesamten Aquariums. Wir brauchen Geduld. Das wissen, glaube ich, alle Aquarianer, die schon lange in dem Hobby sind. Ich glaube, das ist unsere große Stärke, die wir alle gemeinsam haben. Und das wollte ich einfach nur noch mal ansprechen. Habt Geduld mit euch und mit eurem Becken und dann sollte das auch klappen. Viele Probleme entwickeln sich dann auch wieder zurück, wenn man ein bisschen abwartet und Geduld hat. Das waren sie meine zehn wichtigsten Garnierentipps. Also falls ihr noch irgendwelche Ideen habt dazu, falls ihr noch einen Kommentar dazu habt, schreibt es hier unten in die Kommentarspalte rein. Dann sehen wir uns im nächsten Video und in den Kommentaren wieder. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.